Moin Jungs, 80s back und willkommen zu diesem neuen Minecraft-Video. Im Moment geht so die Challenge um, dass man das Game versuchen soll zu schlagen, ohne einmal das Wasser zu berühren. Und genau das werde ich jetzt auch mal versuchen. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Wir gehen dafür natürlich in den Singleplayer, erstellen eine neue Welt, nennen die einfach mal Wasser-Challenge. Wir spielen auf Easy und den Rest lassen wir so, wie er ist. Und dann gehen wir auch rein. Und dann gucken wir einfach mal, was uns so erwarten kann. Oh, chillig.